Und hier heißt euch wieder Star Wars 330. Willkommen zu einem weiteren Let's Play von Runes of Magic. Und ja, ich bin natürlich nicht alleine. Es ist ein Together. Das heißt ja Let's Play Together. Hups. Naja, ich hab mein Intro schon wieder versaut. Ich bin so unfähig. Ich versau immer mein Intro. Aber gut, jetzt begrüßen wir erstmal den Zocker Christian hier. Ja, und ich steh grad zwischen zwei Weibern. Jetzt nicht mehr. Schade. Hat sie gehört. Gut, und wir haben auch heute noch jemand anderen sozusagen dabei. Und zwar ist es so, wir kommen bald in unsere Gilde. In die, wo wir sonst auch sind. In die Coheschen. Und nein, ich werde noch nicht so Werbung machen, erst wenn wir dort sind. Und da haben wir noch jemanden dabei. Deswegen würde ich sagen, laden wir jetzt erstmal alle in die Gruppe ein. Laden wir alle in die Gruppe ein. So, deswegen sagen wir auch nochmal Hallo. Magdalena. Hallo. Und wo auch... Ja, genau. Er kann leider im Moment nicht mit uns kommunizieren. Theoretisch ja schon, wenn wir überlegen. Aber auch in der Praxis... Ja. Egal. Egal. Ihr könnt unten, was er schreibt, unten links hier im Chatfenster sehen. Und ich würde sagen, wo waren wir stehen geblieben, Christian? Bei den Questen, wenn ich mir ne Ehre. Wir haben hier noch... Questen abgeben müssen, aber genau. Stimmt. Auf Peershof und... Und... All meine Questen sind... Peershof und... Oh. Was war das andere? Peershof, zweimal. Aber wir sagen, auf die Pferde und dann los war? Äh, auf die Pferde. Ach, haben wir auch eine Artikel, die sind abgelaufen. Verflucht. Mist, ich habe vergessen, mir meine Dias aufzuladen, seit ich einen Zweitsitzer geholt. Na egal. Muss ich mal machen, bei Gelegenheit, wenn ich wieder genug Dias habe. Irgendwann, vielen Dank für die geile Rüstung, die von dir gekriegt haben, wie man sieht. Oh ja, Moment, schaut euch das mal an. Ein Moment, das hier, das hat er von mir geschenkt gekriegt. Die Rüstung, ihr seht sich hier wunderbar. Ah, bewegt dich nicht, du bist gerade so perfekt. Ach so. Ihr seht es hier, ja, hier wunderbar. Und auch hier gucken wir uns nochmal an. Wunderschön, ein richtig böses Set. Und ich würde sagen, gehen wir auf die drauf. Wo wird es jetzt hin? Vor die Toren müssen wir. Ah, vor der Tore, okay. Komm mal her, zu den Toren von Varanas. Juhu. Also muss man kurz einen Schluck mal trinken. Komm schon, so eine trockene Schnauzer, das ist voll eklig. Ah, das ist beim Letztblende gut. Das ist nie gut, also es geht mehr aus, im Sommer einen Schluck trinken. Ah, das kriegt man da so einen trockenen Hals, das ist so eklig. Ah, so ist das. Also, wo steht er denn? Wo steht er denn? Da ist er ja. Wie sagt man? Oder sie, Entschuldigung. Was? Verkaufe 550 Furious Münzen. Ich schaue, du hättest dich mal Stardust Schiedler nennen sollen. Ah, nee, das wäre so offensichtlich gekommen. Das reicht schon, wenn das mal einer meiner Charaktere ist. Ich gerne Letztblende. Ui, kannst du da hinten auch nicht fest zum Annehmen? Scheiße, Laurana, Wache von Varanas. Ja, nehmt man auch so ein Schreckmann-Virus Münzen mit PH-Duchung. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber... Lauranas Entdeckung. Gut, nimm die mal an. Geh mal rein. Müssen wir auch an PSOF abgeben, das ist praktisch. Ja, wie gut, dass wir schon auf den Wichter hin sind. Ah ja. Mal gucken, ich quitt ist soweit, okay. Ja, mein Sack ist auch leer. Also, der Rucksack ist leer. Ja, genau. Ich liebe dieses Doppeldeutige. Natürlich. So, hier können wir auch noch abnehmen. Ah, da müssen wir Juri erledigen. Ah, da kommt schon drauf. Juri, der Betrüger. Und was für Jakob, der will zwei Sachen. Wir sollen ein paar räudige Schweine erledigen. Und ein paar Wölfe. Wo ist er denn? Hier, hier, hier ist noch eine Quest. Moment, drei, ich werde mal abgeben. Das mache ich jetzt auch mal. Oh Gott, da gibt es ja so viel zu tun. Ja. Boah, da kann ich auch nicht. Kann man da auch noch Quests annehmen, aber ohne Ende wäre es ja irre. So, und da, und soweit alle annehmen. Alles annehmen. Das wird mir jetzt ja alles erst mal. You are the fucking boss. Ich bin ich. You, bin ich hier. Hier kommt der Ring. Oh, ich habe noch gar keinen Gürtel. Dann kommt der mir gerade recht hier und wir haben noch mehr Quests. Ja, ich bin ich. So, Jakob, was will unser Jakob dein Bruder Jakob oder Jakob, was willst du, was willst du? Bruder Jakob oder Jakob oder Jakob kriegst kein Hoch. Kriegst kein Hoch. Lutsch schon mal ab im L. Lutsch schon mal ab im L. von Kingkong. Von Kingkong. Abgeänderte Version. Ja, die Erdruhensäulen. Okay. Also jetzt, ich wusste, äh, äh, Textdinger machen wir nicht, oder? Diese Seiten? Ja, ich mache mir die Farm bis zum Sterben. Okay, alles klar. Aber erst mal machen wir hier ein paar räudige Schweine und ein paar andere Viecherplatten. Ich sollte mal lernen, immer mein Heiliges Siegel, mein Abrüsten reinzumachen. Äh, meiner muss ich meinen. Und jetzt dauert er zu kurz einen Augenblick, Leute. Der Krischer mischt gleich mit. Ja, das ist mich nur wieder im Stich. Keine Sorge, Leute. Ja, das ist wie es sein muss. Er ist der Steigere von uns. Ich nehme das als Kompliment. Ja, ich bin eine faule Sau. Seht ihr, das hat man halt davon, wenn man das Spiel schon länger spielt. Immer sagt man, nee, nee, du kannst das ja eher als ich. Nee, nee, du spielst schon länger. Ihr seht es ja, aber naja, man kann damit leben, nicht so viel für eben, gell? Genau. Äh, zwei. Du hast gerade meinen Flammsstoß kaputt gemacht. War ich nicht, war eh überhaupt. Guck da, rennt auf. Ich mache IP-Strafen für dich. Ah, da ist aber der Einer. Komm her, ich will mal den Flammsstoß an den ausprobieren. Geht doch. Also, und was müssen wir hier machen? Nun, ihr seht es ja selber, wir müssen hier einfach ein paar Schweinchen plätten, nichts Besonderes. Ist jetzt, ja. Geflucht, ich habe kein, äh, jetzt das, äh, der Mana. Ah, Mana-Probleme waren Ritter, das ist so eine Geschichte. Das darf ich jetzt schon ziemlich früh merken. Da ist ein Wolf, den ich schlappe, ich mir jetzt noch. Wir haben. Erster. Verdammt, musst du mal vordringeln? Ja, muss ich. Also, ich bin der Ritter, ich muss die Akkusin, hallo. 4 von 10 haben wir nicht. Na, wozu haben wir eigentlich nur ein paar Schilder, können wir auch noch ein bisschen was ziehen, gell? Ja, du Wölschchen, du. So. Ah, geht mir das nicht vorwärts. Meine Magie auf Platz 3, verbrochene Woche noch ein bisschen wieder benutzbar ist. Räuliges Schwein, komm, ja, du Räuliges Schwein. Ah, Flammstoß dauert noch weiter, bis er fertig ist. Aber dafür gehen sie schnell platt. Ja, der ist wohl wahr. Na gut, dass wir so viele billig trinken noch haben. Ja, ich hab noch zwei, wie das aussieht. Also viele, viele ist Jude, ich hab nur zwei. Ja, jetzt von den ganz einfachen trinken, oder wie? Ey, wieso? Ach, nee, halt, du bist die falsche. Sturmkern. Montierter Wolf, komm her. Hm, er will wohl den eigenen... Ja, ich hab immer ein bisschen was machen hier, du machst halt eine Liebe hier. Ja gut, ich ziehse halt. Das ist, was halt meine Aufgabe ist. So. Wirst du kommen sonst so nutzlos vor, wenn ich keine Gegner töten kann? Wieso die Kinder im Team? Ist doch klar. So, jetzt, wenn du das hier holen. Super. Ah, hier ist noch ein reuliges Schrei, ne? Leberhard, du bist fällig. Oh, da wird die Leberhard, haben wir schon mal, ne? Ja, genau, Eberhard, der Leber, ist die Leberhard, genau. Ja, die Leberhard, der hat erstmal die Leberhard. Ich weiß, dass du wegen der Lebenspunkten, dass die hier nicht auf null geht. Ja, stimmt. So, jetzt aber. Äh, gut. Du bist ein Vieh. Hä? Oh. Der Keiner hier, der will. Und das Wort. Äh, jetzt, was haben wir eigentlich? 8 von 10 haben wir jetzt mal, also bei mir jetzt zumindest. Oh, da greift schon der Wolf an. Ah, der Wolf, die Wölfe haben wir fertig, übrigens sehe ich Gott. Ah, cool. Geht jetzt nur noch drum, die Eberhard zu kümmern. Also, dann schauen wir mal, wo haben wir so, ja, da, hier, oh, in Massen sind sie hier. So, jetzt kannst du doch fahren, ich hab drei Stück bei mir. Ja, bin gerade dabei, Moment. Jetzt hast du genug zu tun. Ja, komm, ja. Klammstoß. Wo ist noch einer? Oh, tatsächlich. Oh, da sind wir noch einer. Oh, da sind wir noch einer. Komm, ja, zack. So, wir haben es erledigt, die Questen, oder? Questen. So, ja, genau, sollte so sein, ja. Gehen wir mal außen rum. Fertig, für die Jahres, fertig. So, so. Äh. Ah, also, wer rennt denn da rum? Unser Gruppenmitglied. Yay. Hallo, hallo. Ja, wir freuen uns, dich zu sehen. Juhu. Wow, und ich krieg gleich mal was Gutes geschenkt hier. Ui, danke schön. Das kann ich auch für Stufe 48. Ja, das hätte ich dir mal in, das werde ich mal in den Gruppenchat posten. Was ich das anguckt. Nochmal vielen Dank. Hey, super. Das kann ich später gebrauchen. Oh, ist ja cool aus. Geh, wo man sich wundern. So, ich muss sich wundern, warum ich hier, warum wir hier nicht schreiben. Ähm, er hört uns. Also, er ist auch da bei uns, aber er ist halt auch stumm gestellt. Nur für die, wo sich wundern. Äh, und warum kann ich denn, hallo? Und Eberhardt, du musst natürlich immer gleich mit. Ja, Wolf und Schwein, gesetzt ich gern. Ja, so, jetzt kann man auch. Kann man eigentlich schon mal gerade abgeben, sonst ist es schon mal abgeben. Jakob, wir haben deine Aufgabe erledigt. Komm her, Bruder Jakob. Äh, was habe ich denn hier? Ja, Pimmellutscher hatten wir auch schon, ne? Ja, genau. Und was? Ah, Quatsch. Wo war ich denn da? Drück oder falsch hier? So, dann haben wir schon vom Umhang. Hier haben wir einen. Äh, fast glaube ich weiter. Ich auch. Und was haben wir hier? Jetzt für eine Quest hier gerade gesagt, ich habe alle angenommen. Und hier die Stiefel bringen sich deutlich mehr, also, definitiv. So, jetzt hat die Probe. Also, wir haben schon mal eine Quest erfüllt. Ja, so tümlich gelieferte Sachen. Also, was müssen wir hier, kommt der Regen. Äh, zehn Grasland, Mähnen und zehn Stück Fleisch von schwarzen Keiler müssen wir besorgen. Die ganzen Seiten müssen wir noch besorgen. Oh, die Seiten über die Bedauern. Juri müssen wir machen. Lass uns mal zu Juri gehen. Und, Moment, was haben wir noch? Derrick ist verschwunden. Auf Mike ist hoch, das weiß ich, wo der ist. Juri ist hier weiter, da müssen wir nach vorne lang. Ja, da müssen wir, also, dann gehen wir jetzt erst mal hier lang. Auch nach Juri. Die, die, die haben wir schon so oft kalt gemacht, die dumme Sau. Ja, 16er-Edite ist ein Blödmann, aber den sollten wir ja wohl noch fertig kriegen. Zu zweit auf jeden Fall. Ich guck, wo ist eigentlich unser Gruppenmitglied hin? Er ist von deinen geritten. Hm. Wird auch wieder auftauchen, oder? Äh, ich glaube, immer mal anders. Moment, wozu kann man hier auf der FL was nachgucken? Achim, wo? Hä? Die Freundesliste macht keinen Sinn. Warum? Irgendwie zeigt dir immer was Falsches an. Naja, ist ja. Äffener Lager, schreit. Ah, jetzt sagt's. So, bei dem müssen wir auch ausluten, diese Hyänen. Weil ich bin auch Teil von der Crash. Ah, stimmt. Ah, stimmt. Grasland hier, genau. Ich habe jetzt immer gesagt, ich habe sie auf den Namen geachtet. Weißt du, was mir gerade irgendwie als Ironie auffällt? Also, ich bin Ritter und trage aber mehr so eine Art vom Aussehen her Stoff. Ja. Ja, genau. Bei mir ist ja auch andersrum, ne? Aber du bist magier und trägst auch vom Aussehen her mehr Ritter, Platte. Ach, guck mal, die Eberhards müssen wir auch noch nebenher platt machen. Ja, wusste ich's doch. Eberhards im Dorf. Schönes Fleisch holen. Yeah. Fleisch. Fleisch. Ja, wie eure Mütter. Fleisch. Ich weiß nicht, ob du eure Mütter kennst, aber muss man eigentlich, vielleicht findest du bei YouTube. Eure Mütter, Fleisch, das ist so geil, ey. Oh, guck mal, zauberstaffeln. Hier, lauf drüber. Und kriegst du mehr, äh, mal zaubergenau. Oh, bei der kann man was abgeben. Und level up. Vater, nicht nur du, sondern ich auch. Yeah. Hey, super. Und damit level 14 beide. So, jetzt können wir mal hier schön mit alles pushen, äh, there we go, yeah. Stimmt, kann auch was machen. Ja, ganz wichtig, wenn wir, auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt hier Juri stellen wollen, na, dann sollten wir uns auch ein bisschen verstärken. Ja. Ah, ich bin Blitzschlag bei Gunnar Stein. Ist das denn, Ruf der Pflicht erhöht, oh, erhöht maximal LP, ey, das ist ja, das ist ja geil, der wird, scheiße, der geht nur auf level 1. Aber der bleibt nur auf jeden Fall, weil dann machen wir mal woanders. Flammstoß, steigert hoch. Flammstoß, krieg nochmal steigern. Geil, das wird echt, oh, aber wie das meine LP erhöht, guck doch mal mein Lebenspunkt. Veto-Auschauer, geil. Ah, würde ich nicht empfehlen. Warum? Finde ich nicht gut, ich mag den Zauber nicht, der ist doof. Ich will die jetzt schon anziehen, die weißen Rüstung, aber ich darf nicht. Ja, ist noch zu niedrig, die Level, ne? Äh, ja, die ist, ich meine, die ist nur 48, aber trotzdem. So, dann noch mal gucken, äh, ja, auf 9, hatte ich jetzt, okay, war der jetzt. Let's kill Juri. Ja, aber warten wir dann noch am besten, ne, weil, äh, mein Dach brauchen noch ein bisschen, können wir sagen, paar Räuber mal ein bisschen platt machen. Ja, ob ich dabei. Just for fun, einfach. Der hat die Hauen. Oh, hast du Plasma-Fall gemacht? Ja, das sieht gut aus, der hau zu rin. Und wichtig, äh, das können wir eigentlich gerne ein paar Kiko so plätten, weil, ähm, wir haben, müssen kriegen eh von denen auch teilweise diese Seiten von Taborea. Ah, okay. Teilweise. Also auch ausloten, oder was? Ja, am besten, vielleicht sind da, ist da was drin. Vielleicht. Oh, guck mal, wer dahinten steht. Oh, das war ein Motorrad, wie er aussieht. Ja, im Hintergrund, genau. So, die können wir auch gleich fertig machen, weil, ähm, da haben wir auch eine Quest, die können wir nebenher schnell fertig machen, sagen wir mal ein Baff hier noch ein bisschen. Ah, wo soll die Ausloh noch mal die Bälle? Ja, genau. Stimmt, eins von zehn. Lassen wir mal die Händler, machen wir erst mal die Bällen. Weil, wie gesagt, die müssen wir eh von der Quest her noch machen, und, äh, hier wird mir die Bälle angezeigt, aber die ist irgendwo anders. Ja, ja, ich liebe den Flammenstoß. Ah, ja, so, äh, 54 Sekunden, okay, gehen wir mal rüber, sind die Bälle erst. Da haben wir die auch fertig, weil schon können wir die gleich hier in dem Ufasch machen, dann hast du es. Stimmt, ich glaube, wir haben die nächste vor. Zack. Aber passt halt auch, du, äh, ja. Pass halt auch, äh, pass halt auch. Nee, äh, das sind die Gegnersen einfach zu schwach, jetzt schon. Aber egal, haben wir es schon leichter, oder? Auf jeden Fall, um unnötig schwer machen. Und ich hätte es mal einen großen Gegner, wenn wir eh noch kriegen. Ja, ich sag nur Juri. Ja, zum Beispiel. Oder richtige Endbosse, darauf hat man schon richtig, die großen Endbosse. Oh, ja, und ach, das schon wieder das Rollerleiter. Kann man sein Motorrad abstellen, ist ja ekelhaft. Nö, nö, nö. Ja, es ist ganz schlimm, aber was will ich machen? Nach hinten fliegt es direkt. Warte mal, aber so hat mich hier. Sogar, wo es ein paar Tasten drücken und wieder so ein Platz. Ah, ja, das sieht aus. Ausluten, äh, da ausluten. Zwei noch, aber die können wir auch auf einen anderen Weg, hier holen wir da zurück. Ja. Ah, ich muss sagen, dass Level 14, wir kommen wirklich schnell voran, das muss ich echt zugeben. Oh ja, also weiter zu machen, sobald wir sind mal richtig schnell Level 20 oder so. Ja gut, das ist kein Problem. Es geht ja immer. Wir müssen nochmal gucken, Level 20, dann erstmal die Zweitklasse im Heffenerlager, aber... Oh ja, Heffenerlager, das muss die Zweitklasse im Heffenerlager, aber das wird so, das ist klar, das geht dann halt auch nur bisschen Level, warum hab ich zur Teufelkeit, ist Level 20 der Siegel drauf. Und jetzt nochmal, so. Oh, das hat mir geholfen. Und damit sind wir durch. Ja, wir haben Waffel. Und jetzt geht's Juri an den Kragen. Oh ja. Juri, willkommen. Juri, Juri. Ich ziehe mir jetzt. Scheiße, ich krieg's. Scheiße, mich hat er wuscht. Ich sehe es, äh... Das war jetzt... Geh, kann ja mir helfen, du guckst du so gleich weg, oder? Ich hoffe, ich schaff's, aber es müsste gehen. Aber noch Tränke, alles schon. Ich komme wieder zu dir hin, war. Oder wie mache ich jetzt? Geh, der Tod, Juri! Nein! Also später wüscht, ja? Ja, wir können nochmal zurück. Die blöde Drecksau, alter! Ey, das gibt jetzt Rache. Das gibt jetzt Rache. Oh ja. Ähm, also auf Deutsch, ich tänke ihn erstmal an, bevor du drauf haust. Am besten warten wir noch kurz, weil du wirst ja 50 Sekunden, äh... Ja, man kann ja nicht hinlaufen. Und vergiss nicht, du hast auch Sühne-Gutscheine bekommen von deinem Begleiter. Stimmt. Aber erst machen, wenn wir Juri plattern. Okay. Jetzt, ah, das kriegen wir noch hin. Das ist jetzt, ah, dieser Juri, der wird jetzt sowas von in die Natske treten. Das ist so klar, wir können schon rüberlaufen. Das war jetzt übrigens unser erster Fail, alter. Na und? Scheiß drauf, gehört dazu. Ja, entschuldigt, der Kirscher war aber noch nicht warten konnte. Ach, das passt schon. Ich bin ja so ein bisschen primitiv, wo es sich eigentlich zuhört ist. So, rufhauen. Ja, genau so. Juri, wo bist du? Ich muss da gerade an die Showpark-Folge denken hier, mit dem Babys, 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 wo Bibi Brüste bekommen, wo die Kinder alle zu Affen wurden, weil die ja kleine Nippelchen hatte. Ja, genau. Schöne Metapher, wie Männer auf die Brüste reagieren. Also heterosexuelle Männer. Ja, ja, das sind so Geschichten. Ah, herrlich geil, die Anspielung, ey. Herrlich geil. Juri, wo bist du? Also, wenn ein heterosexueller Mann irgendwie tippen sie, dann schallt er die Gehonen aus. Das ist vorbei. Ja. Alkaia sagt er will, da ist jeder Kerl gleich. Probekeh'n aber da. Also, wie du alle wieder irgendeinen Kamm scherst. Das ist doch so. Ich stehe vor meinen Abonnenten so primitiv da. Dabei gucken die doch zu mir hinauf und sagen, was für ein Kerl. Hat er gerade kaputt gemacht, ja? Ja. Das tut mir fast schon leid. Ja, ja, ja. Es tut dir dann so, so, so. Das sagen sie auch mal, dann haut im Kopf, denken sie sich. Oh, das hat aus Versehen mit Absicht gemacht. Ja, genau. Genau so ist es. Jetzt klappt ja auch noch an hier. Ach nö, ich greifte ihn an, weil wir den E-Vander-Quest aus brauchen. Ach, stimmt. Oh, warte mal, ich muss meine Loot-O-Matic, das stelle ich jetzt mal so um. Und, Auto-Pass.